Manchmal hat man einfach zu wenig Platz im eigenen Auto. Ich erkläre dir in diesem Video kurz, wie du in wenigen Schritten ganz unkompliziert zu deiner Robbe kommst. Scanne einfach den QR-Code oder starte den Download im App Store. Registriere dich gratis, wähle deine Zahlungsmethode, scanne deinen Führerschein von beiden Seiten und mach zur Legitimation ein schönes Selfie von dir. Finde einen unserer vielen Robbenparkplätze in ganz Berlin, suche deinen Transporter aus und reserviere ihn. Unsere App leitet dich direkt zu deinem Transporter. Checke, ob du irgendwelche Schäden findest. Alles okay? Dann öffne die Robbe mit deiner App. Schnapp dir den Schlüssel aus dem Handschuhfach. Check den Tankinhalt. Der Tankstand ist unter einem Viertel? Kein Problem. Hol dir einfach die Tankkarte aus dem Handschuhfach und füll den Tank wieder auf. Und los geht's! Wenn du alles erledigt hast, stell die Robbe wieder in dem Bereich ab, wo du sie gefunden hast. Pack danach den Schlüssel wieder zurück. Und vergiss nicht, noch einmal nach Schäden zu gucken. Verriegle die Robbe mit deiner App. Das war's! Und hier noch einmal deine Checkliste. Lade die App runter. Melde dich an. Finde deinen Transporter und reserviere ihn. Checke ihn auf Schäden. Robbe durch Berlin. Tanke bei Bedarf und bezahle mit der Tankkarte. Und vergiss nicht, noch einmal nach Schäden zu gucken. Parke und schließe die Robbe mit der App wieder ab. Na dann, viel Spaß! Parke und schließe die Robbe mit der Tankkarte. Bis zum nächsten Mal. Wir sind bei den